Ich habe mir dieses Jahr einfach mal hier diese Muscari-Töpfe für den Balkon gekauft und muss sagen, ich bin total begeistert. Die kommen und das ist einfach eine Augenweide. Es macht irrsinnig viel Spaß. Was kommt danach, also wenn die verblüht sind? Ich würde sie auswildern. Funktioniert das? Ja, das funktioniert gut. Allerdings nicht so lassen in dem Topf, also nicht so eins zu eins auspflanzen, sondern nimm die auseinander, mach so drei Zwiebeln zusammen und mit Abstand und dann einen sonnigen Platz. Geht aber auch im Halbschatten. Geht auch. Funktioniert ganz gut. Auspflanzen, dann übersommern die in der Erde. Super, super. Du hast auch was mitgebracht, was bei dir gerade schon irgendwie dekorativ steht. Ja, also neben den Elfenkrokussen, die ich ja, das sind so meine Lieblinge, habe ich mir auch schon mal ein paar kleine Stiefmütterchen gekauft. Denn ich finde es ganz toll, weil selbst wenn es nochmal jetzt richtig kalt wird und nochmal friert, dann macht es denen nichts aus. Die lassen zwar so mal ein bisschen die Köpfe hängen, stehen aber wieder auf und die blühen mir jetzt dann bis Mai, bis ich dann vielleicht den Sommerflur habe und da freue ich mich dran. Ja.